Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Digimon-Story. Sei bei Schluss, wir haben ein Speicher DX bekommen, weil das ganze 10 Speicher-Punkt-Wert ist. Und dies will ich natürlich ausnutzen. Das wäre die dunkle Variante, ne? Ich bin jetzt fertig. Ich habe den Bock. Ich bin jetzt fertig, aber ich könnte das. Ich bin jetzt zu intensely. Wenn du einen, ist das eine große Menge. Ich habe die Kurse nicht gefunden, aber ich habe die Kurse nicht nicht gefunden. Ich habe meine Vorur. Gau-Gamol? Oder mach ich Gartumon? Ich glaube, ich mach Gartumon. Fähigkeit 20, Initiativ 145, maximale TP, SP und Level 15 oder Höhe. Perfekt, genau dich will ich nämlich haben. Was ist denn du für ein Digimon? DNA. Oh, mit den Digimon. Wow, wow, wow. Aber dich will ich ja haben. Das hole, wo ich nicht nehme ich auch nach vorne. Was ist das? Was ist das? Du, 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 du. Ähm. Perfekt. Also, wie ich sehe, habe ich noch vier Plätze frei, ne? Auf jeden Fall muss dann noch die Leomon-Reihe hin. Habe ich schon wieder neue Fälle? Oh, ja. Der beste Gamer, Haushüter, Farmerweiterungs-Plugin. Nakanow, TRF, Broadway, Stoppweg 4. Ah, da weiß ich glaube ich, was das ist. Was haben wir hier? Das sollte eigentlich recht easy sein. Denke ich zumindest. Ich komme jeden Tag nach dem Unterricht hierher. Hm, alt. Top Grappler. War das nicht ein berühmtes Online-Brüberspiel? Für mehrere Spiele. Der beste Spieler, GL, hat sich gerade eingeloggt. Natürlich. Natürlich. Nichts. Ja, wir gehen gleich. Es gibt ein bestimmtes Ding, was ich eigentlich gehen machen möchte. Ich weiß bloß nicht, ob es von der Gummamon-Reihe abstammt. Ich würde gerne jetzt das Ding hier hinten rauben. Den Zusatz. Grableomon. Was? Bist du mein nächster Gegner? Du siehst gar nicht wie eine Figur aus. Nein, wie das Spiel aus. Hm, klar. Egal. Gegen wen ich kämpfe Spielfiguren Digimon. Hauptsache sie sind stark. Dann ist alles gut. Den hatte ich glaube ich auch mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Aber null Schocks. So will ich dann sehen. Wow. Du hast mich besiegt. Du bist wahnsinnig stark. Diesen Spiel ist niemand mehr stärker als ich. Ich glaube ich brauche einen neuen Ort zum Trainieren. Aber bei würdlichen Gegnern wie dir ist es was anderes. Wann willst du wieder kämpfen? Morgen? Du bist keine Figur in diesem Spiel. Du bist ein Detektiv. Wirklich? Wenn ich ein Spiel mit Detektiven spielen würde, hätte die dann auch so starke Gegnern wie du. So hier. Also da muss ich nicht hier bleiben. Und ich verabschiede mich aus diesem Spiel. So. Suchen wir einen Ort zum Trainieren? Gibt es das Spiel mit vielen Detektiven? Ja. Ich geh mal schon. Oder er bestimmt. Gut. Zippy in meiner Reihe habe ich ja auch noch in meiner Reihe. Du bist ein Detektiv. Du hast wahrscheinlich hier, weil diese GEL vermisst wird. Nicht wahr? Bitte? GEL ist ein Digimon? Natürlich. Die Hacker waren im Spiel und haben sich als Figuren ausgegeben. Puh. Puh. Ich bin bloß froh, dass der Cheater weg ist. Jetzt bin ich wieder an erster Stelle. Danke, dass du meinen Fall übernommen hast. Wie ich sehe, ist jetzt ein Anlassspiel genauso beliebt wie Top-Grabbler. Das Spiel heißt Akte 3 Geheimcode. Es geht um Detektive, die machen ihr Ding und führen Ermittlungen durch. In letzter Zeit war es ziemlich brutal. Da wurden die Gesichter von Detektiven vermöbelt. Ziemlich krassvoll, ein Rätselspiel. Ja, wer das wohl war. Okay, einen Fall haben wir noch. Mein Sohn chattet gern online. Ich meine, er gibt ein Mädchen, das er sehr mag, aber er muss wissen, ob sie es ernst meint. Und wo soll ich sein? Im K-Café. Du bist der Detektiv, der sich um meinen Fall kümmert. Freut mich, dich kennenzulernen. Mein Sohn... Na... 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 Äh... Spreke ich das Pökser aus? Naja... Er ist in der heutigen Klasse, aber er weigert sich zur Schule zu gehen. Ich möchte, dass du den Grund heraus findest. In der letzten Zeit hält er sich nur noch im Chaträumen im Internet auf. Und dann ist da dieses Mädchen namens Athena, das er dort kennengelernt hat. Sie scheinen sich nahe gekommen zu sein. Woher wissen sie das also? Immer wenn ich ihm Essen auf sein Zimmer bringe, kann ich ein Mädchen im Chatfenster sehen. Wenn sie wirklich ein Mädchen ist, im Internet kann man den echten Namen, das Alter oder das Geschlecht von jemandem nicht sicher wissen. Normalerweise redet er nicht mit der Familie, nur Athena zählt für ihn. Er ist naiv. Ich habe Angst, dass ihn jemand hinter sich führt. Bitte lock dich als Naoya an und finde heraus, wie Athena wirklich ist. Ich habe sein Name und sein Passwort aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob Athena dir glauben würde, wenn du dich als Naoya ausgibst. Deshalb habe ich mehr Informationen über dich. Er ist 15 Jahre alt und wurde in der Präfektur Aomori geboren. Seit seiner Kindheit war er nicht da. Aber er möchte unbedingt dorthin zurück. Am liebsten spielt und schläft er. Er hat ein gutes Gedächtnis. Er mag Hamburger und seine Lieblingsfarben sind grün und weiß. Seine Stärke ist Ehrlichkeit und Schüchternheit. Seine Schwäche. Er selbst bezeichnet sich als Killerkind, wie es so schön heißt. Meinst du, dass das genügend bitte steht, davor schon zu... Ja, okay. Hallo, Naoya. Naoya. Wie geht es denn heute? Hast du nicht gesagt, du kannst dich erst heute Abend reinhocken, weil du an dem Spiel-Event teilnehmen wolltest? Wirklich? Super. Dann kannst du den ganzen Tag mit mir reden. Sie scheint wirklich Athena zu sein. Wie lange bist du heute schon hier? Ich will mehr von deinen Geschichten, Naoya. Ja, erzähl mir den Rest der Geschichte von gestern, was passiert ist, als du neulich in der Spielhalle warst. Was? Ne, nicht die. Mattet ihr die über den Prügelspiel? Wapp, wapp, wapp. Wapp. Du meinst, du hättest mit der schwächsten Figur gewonnen. Äh, Naoya. Nur als Test. Wäre es okay, wenn ich dir ein paar Fragen stellen würde? Naoya. Als was arbeitest du? Was machst du nochmal? Ja, richtig. Du bist ein Schüler, obwohl du immer zu Hause bleibst. Genau. Eine zweite Frage. Was ist nochmal dein Lieblingsessen? Stimmt. Du hast auf jeden Fall erwähnt, dass du Hamburger magst. Vielleicht waren die Fragen zu einfach. Gut, letzter Frage. Etwas, was ich dich ständig frage. Naoya, magst du mich? Okay, das ist wirklich schwierig. So was sagt nur ein Junge, du bist auf jeden Fall Naoya. Nein, es ist wirklich, er ist wirklich schüchtern. Das würde er nie so direkt sagen. Stattdessen würde er mir Komplimente machen. Ich bin mir sicher, dass du ein Betrüger bist. Du benutzt Naoyas Account. Was willst du? Hör einfach auf. Hör auf, so zu tun, als wärst du Naoya. Aufhör. Also gegen ein paar... Speicherungserlechen nichts. Oh, Coora man. Es ist... Oh, Coora man. Es ist... Oh, Coora. Also unter Digimon, ups, sollte ich ja jetzt wohl genug im Team haben, um ihn zu erreichen, oder? Oh, das war schon. Pick up CD. Duck. Die genie will etwas anderes, oder? Die genie will ich nicht! Jimmy Deby, Mann! Towards, der Geist wird nicht benutzt, oder? Ich hätte gegen Rocky die gewonnen. Aber wie ist diese Kötting im Gaben? Okay, hier geht es nicht weiter. Dann hier. Ich muss zwar den ganzen Weg nochmal laufen, aber das ist mir glaube ich nicht. Na? Du, du hast doch gerade eben noch Nauras kaum benutzt, oder? Der arme Nauria. Von einem Lügner wie dir hier reingeliebt ist. Ich habe nichts mehr dazu zu sagen. Geh weg! Na gut, wenn du mir nicht anders willst. Geh weg! Dann halt auf die harte Tour. Geh weg! Obwohl er fliebe ist hier. warum warum hast du hast du dich jetzt na ja ausgebung bis in diesen shitraum gekommen willst du dass ich für die schütterung gesperrt werde weil ich mich als mensch ausgegeben habe können dich immer nicht ausschütten die menschen willst du sagen dass die menschen keine freunde sein können bevor du kamst habe ich nie jemandem weh getan ich wollte nur herkommen und naryas geschichten zu hören das ist ja nicht das ist also naryas mutter hat dich gebeten herzukommen und dich für ihn auszugeben naja hat in der schule keine freunde gefunden also ist er nicht mehr hingegangen und hat seine ganze zeit im chatraum verbracht für mich hat die seite mich hat die seite interessiert deshalb wohne ich hier für naja habe ich mein aussehen an andere figuren hier angepasst so schatten wir naja spricht schon länger nicht mehr mit seiner familie die schule fehlt ihm aber seine familie ist nicht nett das erschwert das regen er meinte immer er möchte wie früher mit seiner familie reden und zur schule gehen und mit allen auskommen wenn naja das mutter sich um ihn sorgen macht sagt ihr doch bitte sie soll sich hinsetzen und nett mit ihm reden naja wird sich sich wird sich sicher am vertrauen ich werde mein bestes tun ihn dazu zu ermuntern ach und äh könntest du bitte dafür sorgen dass ich nicht von dieser seite gesperrt werde ich hatte keine ahnung dass er sich wegen unserer familie sorgen macht mein sohn ist ein eigenbrötler nicht wie andere kinder ich weiß nicht was aus ihm wird wenn er nicht bald wieder zur schule geht wenn er sich so viele sorgen macht ist er sicher nervös mit mir zu reden direktiv nachdem was du gesehen hast wie ist ist Athena so sie ist wirklich nett gestehe ich habe gehört dass sie sehr freundlich ist sie scheint sich wirklich gedanken um naja zu machen das ist gut ich habe ein schlechtes gewissen dass ich an ihr gezweifelt habe ich glaube heute abend mache ich hamburger das ist ein lieblingsessen und wir hatten es schon lange nicht mehr wahrscheinlich lässt sich unsere beziehung nicht schnell kippen aber ich werde besser zuhören was mein kind zu sagen hat sehr gut direktiv ich bin so froh dass du den fall übernommen hast vielen dank na siehste auch wieder eine gute tat getan auf die die abgeschossen die die abgeschossen die 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 das die hier sollen wir da vorbeigeschaut ist ja nett ich okay machen wir doch vorher ich gehe davon noch ein bisschen was Jet ihr in der Viergegnügen? Was ist? Warte. 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 ach hier ist es aber nett naja und detektiv was wenn du essen willst kommt einfach rein du verstehst das nicht eine dame wie ich kann nicht einfach ohne begleitung an so einem ort gehen natürlich neulich habe ich übrigens ein mädchen gesehen dass hier draußen rum stand sie wirkte so einsam sie war hellhäutig und hatte schwarze haare sie sah sich das angebot an vielleicht vielleicht habe nur ich dieses das mädchen gesehen wo bin ich da muss rein geraten na so wie geht es dir mit deinem neuen körper warst du dich schon daran gewöhnt wenn du wenn du unterwegs warst kam ein neuer auftrag für den zappel detektiv rein es ist ein ziemlich großer komplexer fall wenn du wieder im büro bist findest du den fall am schwarzen bett in shibuya war das sagte sie in den shinyuku der eingang zum labyrinth ist in shinyuku schau mal vorbei wenn du zählst bank erweiterungs laufe undercover test ich bin ein undercover restaurant test ich weiß das kommt jetzt aus heizung hin mit aber hast du gerade hunger ja vielleicht ein geld weiter hat man immer hunger dieser fall stoppt übrigens aus dem netz er ist etwas seltsam wir haben eine anfrage von einer person die hobby mäßig blommee restaurants bewertet sie möchte dass du nach nakano gehst die blommee restaurants dort für sie bewertest und ihr dann bericht erstattest das honorale und jäkige kosten wurden schon bezahlt ich dachte mir dass der fall nicht riskant ist also habe ich ihn angenommen er habe beschlossen euch jungen spurten diesem fall anzuvertrauen warum denn hier jetzt auch noch reizt das nicht wenn ich das mache wir besuchen drei restaurante ein chinesisches und ein Teehaus was ist mit dem tkg-restaurant das tkg-restaurant sind alle makano gebäude auch was ist mit dem tkg-restaurant es ist egal in welcher reinfolge wir sie besuchen ich habe hunger auf geht's ja du wolltest du gerne reis mit ei haben ok was für ein restaurant ist das das restaurant ist herunter gekommen eine einzige linie ach nein das ist ein totaler saft ja du bist einfach zu zu anspruchsvoll mapu tofu mapu tofu das das habe ich im food wars schon gesehen also das sieht lecker aus würde ich auch gerne mal selbst kommen ich würde zumindest mal versuchen ob ich es hinkriege egal auf zum nächsten restaurant ja juko was soll das los gehen wir ja wir haben noch viel 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 zu tun wo befinden sie irgendwie das nächste restaurant da oben wissen ja es ist noch mal w달�schmerzen die 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 her überall, guck, irgendwo wird ja eins sein oder noch eins sein das sollten sie doch alle hier befinden oder sind sie wirklich alle unten pick yacht pick yacht ja curry gerichte fangkuchen ein salz machen wir hier gar nicht zu haben aber es gibt auch ein reißer mit kregen die und ihre reise mit ei na gut wenn sie schmeckt muss sie essen passen alle napolitaner kann man eigentlich mit einem cybercup überhaupt hunger? das war feste ich bin so voll ich bin überrascht wie günstig und lecker das war die auswahl gekriegt noch der speisekarte war sehr vielfältig wenn man das von einem restaurant und nackern nur erwartet ja das restaurant scheint viele stammfutter zu haben wow das ist heute echt hunger ich habe noch nie erlebt dass ein einziger menschlicher baut so voll geschlagen ist und wo -... jetzt! Die Frage, wo ist denn das nächste Restaurant, wo ich hin muss? Das ist ja eindeutig noch nicht vorbei. Jetzt weiß ich aber, wo das Sushi-Restaurant ist. Immerhin. Ich war es mal schon, dass ich mich gleich verschluckt habe. Aber ist nicht geil. Kinder essen erst Weißfisch mit reinem Geschmack, dann fettigeren Fisch und zuletzt Sushi-Rolle. Es gibt da Reihenfolge dafür? Okay, wenn ich das nächste Mal Sushi-Futter, dann werde ich mich dran halten. Aber ich glaube, das nächste Sushi-Restaurant habe ich erst in Ostseellnähe. In Rüsterech damals, da war ein geiles Restaurant gewesen. Epi war das glaube ich. War schon hammer geil. Da war ich nämlich damals, als ich Freunde besucht hatte. Aber ich glaube, die Analyse hätten wir schmecken lassen können. Wobei, witzig war es trotzdem. Oh, Aizu kommt vom Ausdruck Aizu von Tsukazu. Das sagt nur Bedienung zum Kunden, nicht andersherum. Ich lerne sogar noch ein bisschen Japanisch hier. Das ist interessant. Ich nehme mich nicht. Hast du den Bericht geschrieben, Sushi? Ja, der Bericht ist gut, aber schwer zu lesen. Während wir gegessen haben, hat unsere Spürnaß nur von sich hin gebrabbelt und nichts zu uns gesagt. Wow, ich hätte nie gedacht, dass du so ein Talent für das Schreiben von Berichten hast. Wer ist denn überhaupt dieser geheimen Kritiker-Klient? Der wahre Name wurde nicht angegeben. Ich kenne nur den Benutzernamen aus dem Internet. Ich weiß es also nicht. Und selbst wenn ich es wüsste, ist das Vertraulich und ich dürfte es nicht verraten. Was? Komm schon, Kyoko. Ich will es wirklich wissen. Dieser geheime Kritiker, wer ist das? Ich glaube, ich habe da so eine Ahnung. Oh, vom Rang rechtlich der Cyberdetektiv. Nice. Sagst du eigentlich immer noch das gleiche? Shinjuku. Okay, das ist aber... Uh, allerdings sehr, sehr, sehr sinnvoll. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däubchen nach oben da lassen. Auch gerne einen netten Kommentar, würde mich riesig freuen. Falls ihr es noch nicht getan haben solltet, auch gerne ein Abo da lassen. Wenn euch die Videos gefallen, vergesst dabei aber natürlich nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Links kommt ihr noch zu einem weiteren Video und rechts ist die Playlist zu Digimon Story. Ich wünsche euch aber noch einen wunderschönen Tag, beziehungsweise einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.